Hey Leute, was geht da? Willkommen zurück zu Zellweiter. Wie auf diesem Kanal, also kommen wir auf. Wir haben einen Hacker in der Runde, wie wir direkt schon gesehen haben. Wir gehen direkt in die Mitte, würde ich sagen. Ich habe einen Hacker in der Runde. Oder? Ich habe einen Hacker in der Runde. Zahnok. WTF, was ist denn das jetzt? Das haben wir hier in der Hacker-Community auch. Strahl auf Gomma. Wie kann man... Oh. Das war schön. Ich werde verrückt, dass er irgendwas machen soll. Wie doch. Ich würde sagen, wir packen nochmal eine Runde dran. Vielleicht auch nicht. Also, lasst euch überraschen. So, damit sind wir in der zweiten Runde angekommen. Wir werfen uns natürlich direkt in die Mitte. Alles curse. Alles macht sich. the same I'm sick of wasting time wish I didn't feel this way but with this kind of mind I will figure out my land It's the highs and lows the change and the roles of the fame on the coast and the pain no one knows I want the time just to slow my mind's feeling low say I'm fine but I'm Neben Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich selber liken, ab und runter freuen. Grüße, haut noch rein und tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal.